Das denke ich auch. Weißt du was? Ich treffe sie bald. Deine Tochter? Mhm. Stell dir mal vor, mit fast 40 komme ich zu einer 8-jährigen Tochter. Das ist doch völlig verrückt, oder? Und? Bist du nervös? Ja klar. Ich habe doch gar keine Ahnung von 8-jährigen Mädchen. Aber vielleicht ist es ja ein Ding des Schicksals, dass ich mein Leben nochmal komplett umkrempeln soll. Du willst sie wirklich bei dir haben? Wie stellst du dir das vor? Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Ach komm, ich habe doch noch nie davor zurückgescheuert, was Neues zu machen. Super Clara, das machst du ganz toll. Sie ist ein Naturtalent. Von wem sie das noch hat?